Hallo zusammen, mein Name ist Pia und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Ich glaube, alle Leseratten kennen das leidliche Thema mit dem Sub. Die einen lieben es, wenn sie ganz viele ungelesene Bücher zu Hause stehen haben und immer eine Auswahl haben. Andere setzt das vielleicht eher unter Druck, zu viele ungelesene Bücher zu Hause haben. Ich muss sagen, früher habe ich Bücher gehortet. Ich habe gekauft, gekauft, gekauft und kam überhaupt nicht hinterher mit dem Lesen. Und da hat sich bei mir ein Sub angesammelt. Ich glaube, meine Höchstzahl war 100. Und dann habe ich aber drastisch oder versucht zu reduzieren und viel weniger zu kaufen. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie hoch mein Sub ist. Ich habe aber einige ungelesene Bücher in meinem Regal stehen und auch einige davon schon sehr lange. Ich hatte ja vor einigen Jahren schon mal einen Booktube-Kanal. Die Videos dazu sind auch tatsächlich noch online. Ich verrate an dieser Stelle nicht den Kanalnamen, weil bei manchen gucke ich mir einfach nicht mehr so gerne an. Falls jemand da draußen aber wissen sollte, welcher Kanal das ist, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die alten Videos noch kennt. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte überprüfen, ob ich noch aus einem meiner allerersten Bücher-Halls auf meinem alten Booktube-Kanal noch Bücher ungelesen hier stehen habe. Ich werde mir jetzt dieses uralte Video anschauen und es ist sage und schreibe sieben Jahre alt. Wenn ich wirklich sieben Jahre alte, ungelesene Bücher noch hier stehen habe, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe dieses Video wirklich seit sieben Jahren noch nicht gesehen. Also ich habe es seit dem Upload, seit ich es damals geschnitten habe, mir nicht nochmal angeguckt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, welche Bücher daran vorkommen, wie viele Bücher da überhaupt drin vorkommen. Kann sein, dass es jetzt nur zwei oder drei sind. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, dieses Video hier ist auch eine riesengroße Überraschung. Was ich auch noch vorweg sagen wollte, ist dieses Format. Ich habe das schon mal gesehen. Das ist nicht jetzt von mir irgendwie groß ausgedacht. Ich habe das bei Ariel Bissett. Da habe ich es nämlich das erste Mal gesehen. Denn sie wollte nämlich einmal überprüfen aus ihrem ersten Bücherhaul, ob sie diese Bücher mittlerweile Jahre später auch alle gelesen hat. Und das dachte ich, das wäre doch eine super gute Idee, das auch auszuprobieren und zu testen. Und ich habe mir nämlich jetzt vorgenommen, wenn tatsächlich noch Bücher hier ungelesen von vor sieben Jahren stehen, werde ich sie als nächstes lesen. Sie kommen auf jeden Fall auf meinen To-Be-Read-Stapel. Das konnte ich jetzt nicht aussprechen. Diese Bücher kommen nämlich definitiv dann auf meinen To-Be-Read-Stapel. Und ja, ich höre auf zu quatschen. Wir legen los. Ich blende euch hier irgendwo das Video ein. Ich werde es mir auf meinem Handy anschauen. Deswegen verzeiht bitte, dass ich jetzt nicht in die Kamera schauen werde, während ich mir das Video anschaue. Nochmal vorweg. Die Qualität ist grausam. Ja, seid euch dessen bewusst. Das ist sieben Jahre alt. So, los geht's. Ich bin echt, ich weiß nicht warum, aber ich bin echt ein bisschen nervös. Keine Ahnung. Mir graut es davor, wenn ich jetzt sehe, dass da echt noch ungelesene Bücher bei sind. Hallo zusammen. Heute ist Freitag, was für viele sicher ein Grund zur Freude ist. Mich betrifft das leider weniger, weil ich auch trotz Wochenende hinterm Schreibtisch werde sitzen müssen. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich... Ich muss schon mal pausieren. Ich sehe so jung aus. Ach, krasser Scheiß. Ja, okay, es ist sieben Jahre her. In den letzten Wochen ganz, ganz viele tolle Neuzugänge bekommen habe. Sehr viele schöne Bücher sind bei mir angekommen. Und das sind... Eigentlich sollten es im April gar nicht so viele werden, aber ich habe nämlich das Tauschen für mich entdeckt. Was ich lange, lange Zeit gar nicht für mich in Betracht gezogen habe, weil ich eigentlich alle Bücher, die ich lese, auch immer behalten wollte und im Regal stehen haben wollte. Geht nicht. Ich habe dann aber einfach irgendwann gemerkt, dass... ...habe ich zwei Bücher zur Rezension bekommen. Dann habe ich die mit Sicherheit schon gelesen. Das eine habe ich letztens schon vorgestellt und auch schon rezensiert. Das ist dieses hier, das ist Oracle. Das habe ich auch gar nicht mehr. Das habe ich mittlerweile, ich glaube, vertauscht oder im Bücherschrank gestellt. Ich weiß nicht mehr. Dann habe ich bekommen, und zwar hat mir das der Goldman Verlag zur Rezension zugeschickt, worüber ich mich sehr gefreut habe, auch wenn ich da anfangs ein bisschen skeptisch war. Und zwar ist das Sternenseelen, wenn die Nacht beginnt. Auch gelesen, das ist klar. Waren Rezensionsexemplare. Und ich war zuerst skeptisch bei diesem Buch, weil... Ich muss vorspulen, es ist einfach so viel Gelaber, ich kann das gar nicht mehr sehen. Okay. Ich habe mir ein Englischbuch ertauscht. Das ich schon lange, lange lesen wollte. Eigentlich ursprünglich auf Deutsch, aber dann wurde es mir auf Englisch angeboten. Und ich habe im Moment wieder so eine Phase, wo ich sehr, sehr gerne auf Englisch lese. Deswegen habe ich mich da auch sehr drüber gefreut. Und zwar ist das von Sarah Beth Durst, Enchanted Ivy. Auf Deutsch heißt es, glaube ich... Habe ich auch schon gelesen. Habe ich auch noch hier in meinem Regal stehen. Geschichte einfach super toll klingt. Und zwar ist das... Kommt das nächste Buch. Düsteres Verlangen von Kenneth Opel. Tatsächlich noch ungelesen. Ich habe dieses Buch hier tatsächlich sieben Jahre auf meinem Sub liegen. Kann das sein? Ich hätte jetzt niemals... Ich hätte niemals gedacht, dass das echt schon sieben Jahre her ist. Und ich weiß noch, ich wollte es unbedingt haben damals. Ich wollte es auch sofort lesen. Aber warum habe ich es dann nicht getan? Ich weiß es nicht. Kenneth Opel. Düsteres Verlangen. Die wahre Geschichte des jungen Viktor Frankenstein. Boah, das klingt auch einfach mega geil. Ich habe mir gerade diesen Klappentext nochmal durchgelesen. Also ist es so. Es geht hier um Zwillinge. Und zwar Viktor und Konrad Frankenstein. Das sind, wie gesagt, Zwillinge. Habe ich schon gesagt. Und der eine von den beiden wird dann ganz plötzlich krank, unheilbar. Wo dann ein Fieber steht hier. Und der Zwillingsbruder ist natürlich vollkommen verzweifelt. Er liebt seinen Bruder über alles. Und zusammen mit einer Freundin, Elisabeth, machen sie sich dann auf die Suche, um die Zutaten für das sogenannte Elixier des Lebens zu finden. Ich lese kurz vor, eins, zwei Sätze. Unvorstellbare Prüfungen erwarten die beiden und unerwartete Versuchungen. Die Macht über Leben und Tod zieht Viktor mehr und mehr in ihren Bann. Wie geil klingt das? Und warum habe ich es noch nicht gelesen? Also dieses Buch landet jetzt erstmal auf meinem Lesestapel für den nächsten Monat auf jeden Fall. Okay. Machen wir weiter. Ich bin gespannt. Nächstes Tauschbuch. Ich hätte es eigentlich mal nachgucken sollen. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Reihe ist oder wird. Ich gehe einfach mal davon aus. Das ist von Damien Dimm und Jake Jones. Oh shit. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Es gibt es doch nicht. Hier ist es. Jake Jones und die Hüter der Zeit. Damals ertauscht. Und nicht gelesen. Es ist Zeit für neue Helden, steht hinten drauf. Es ist immer Zeit für neue Helden. Auch das klingt unfassbar gut. Also, es geht hier um Jake Jones. Was für eine Überraschung. Und eigentlich stinknormaler Typ, ja. Bis er dann eines Tages vom Geheimbund der Geschichtshüter erfährt. Und die erzählen ihm, ey yo, Jake, du kannst übrigens Zeit reisen. Dieser Geheimbund braucht auch Jake Jones Hilfe. Warum genau, weiß ich nicht. Warum jetzt ausgerechnet Jake, Jakes Hilfe. Aber es versucht nämlich jemand die Vergangenheit zu seinem Vorteil zu verändern. Und das darf natürlich nicht sein. Und daraufhin reist Jake zusammen mit den besten Agenten der Geschichtshüter ins Venedig des 16. Jahrhunderts. Wie geil klingt das? Warum habe ich es noch nicht gelesen? Ich weiß es nicht. Das ist halt das Problem. Über die Jahre oder nach langer Zeit vergisst man halt einfach, worum es in diesen Büchern geht. Man liest sich den Klappentext nicht nochmal durch. Zumindest habe ich das jetzt jahrelang, anscheinend sieben Jahre lang, nicht gemacht. Und jetzt lese ich das und denke einfach nur, boah, wie geil. Das klingt dermaßen gut. Ich habe aber auch tatsächlich gar keine Ahnung, ob hierzu weitere Teile erschienen sind. Weil ich nehme mal an, es ist eine Reihe. Es sieht zumindest ganz danach aus. Das werde ich mal recherchieren. Und dieses Buch landet natürlich auch auf meinem Lesestapel. Weiter im Text. Also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte von dem Video. Zwei Bücher haben wir schon. Mal gucken, was noch kommt. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich damals es mit dem Schneiden noch nicht so drauf hatte und einfach ewig gequatscht habe. Ich habe mir eigentlich gar keine Rezension dazu durchgelesen. Jedenfalls ist es von S.B. Hayes, die Besessene. Habe ich gelesen? Yes. Und ich wünsche schon allein dieses giftige Röhn hier. Habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Auch das, weil das, das hatte ich ja auch ertauscht. Und das war nämlich ein Leseexemplar. Deswegen habe ich das, glaube ich, damals in einen Bücherschrank gestellt, meine ich. Ein letztes Tauschbuch habe ich noch. Und da freue ich mich auch so genial drüber, obwohl ich sagen muss, dass ich da über den Zustand ein bisschen enttäuscht bin, weil mir da gar nichts... Es sieht halt einfach insgesamt sehr zerlesen aus. Es ist sehr rund gelesen mit vielen Leserinnen. Aber ich meine im Prinzip, man kann das Buch ja trotzdem lesen. Es sieht halt natürlich nicht aus. Ich komme nicht zum Punkt, ne? Und ich gebe zu, ich bin auch nicht eine, die jetzt irgendwie Bücher ganz, ganz vorsichtig liest, damit da bloß keine Leserinnen reinkommen. Deswegen, eigentlich sollte ich mich da nicht so anstellen. Aber jedenfalls ist es mein erstes Zombie-Buch. Ah, ich weiß welches. Und zwar ist es von meiner Brand, Feed-Wiruss-Zone. Habe ich auch gelesen. Ja, Gott sei Dank habe ich gelesen. Und es ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber es hat mich nicht so sehr gepackt, dass ich diese... Ich meine, es ist eine Trilogie, dass ich da weitergelesen habe. Also es ist immer nur beim ersten Teil geblieben. Und ich habe auch nach wie vor kein Interesse, da weiterzulesen. Gucken wir mal, wie viele Bücher noch kommen. Zwei Bücher kommen wohl noch. Einmal, damit ich mal mit meinen Reihen, angefangenen Reihen hier weiterkomme. Von Veronica Roth, Insurgent auf Englisch. Ja. Den ersten Teil Divergent... Habe ich gelesen und geliebt. Die Divergent Trilogie, absoluter Favorite von mir. Nächstes Buch. Alice in Wonderland. Boah. Also Alice's Adventures in Wonderland. Okay. Nope. Habe ich nicht gelesen. Das ist aber auch eher so ein Buch. Also ich habe es damals schon gekauft, weil ich es eigentlich auch lesen wollte. Aber hauptsächlich war das halt so ein Coverkauf und so ein ich möchte es gerne mal im Regal stehen haben Kauf. Weil es sieht einfach wunderschön aus, dieses Buch. Das habe ich nicht hier stehen, sondern im Wohnzimmer stehen. Und ich hole das jetzt auch nicht rüber. Es ist ein riesiger Klopper. Und da mache ich jetzt eine Ausnahme. Und werde das nicht auf meine Leseliste für den nächsten Monat setzen, weil das ist einfach echt so ein Schinken mit ganz, ganz dünnen Seiten. Aber das war es wohl mit den neuen Büchern aus diesem Video. Diese zwei Schätze hier werde ich jetzt als nächstes lesen. Und wenn ihr in einem meiner nächsten zuletzt gelesenen Videos nicht mindestens eins von diesen beiden Büchern seht, dann möchte ich bitte von euch einen ganz, ganz festen Tritt in den Hintern haben. Weil es ist nach sieben Jahren wirklich mal an der Zeit. Aber gleichzeitig freue ich mich, dass ich jetzt auch diese zwei vielversprechenden Bücher sozusagen wiederentdeckt habe in meinem Bücherregal. Falls ihr es wisst, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche eure ältesten Sub-Leichen sind. Welche die Bücher sind, die schon am allerlängsten bei euch auf dem Sub liegen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, diese Bücher jetzt in nächster Zeit einfach mal in die Hand zu nehmen und zu lesen. Das war es mit dem heutigen Video. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Kann ich schon drehen? Ha. Ja, ich kann es drehen. Okay. Es gibt einen zweiten Bank. Okay, das wusste ich nicht. Also ich wusste es anscheinend schon.